Ein Toyota Auris ist hier zum Verkauf angeboten. Die silberne Limousine ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 38.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2008. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Einparkhilfe, elektrische Fensterheber, elektrischer Seitenspiegel, ABS und vieles mehr. Der Benziner hat eine Leistung von 97 PS. Der Wagen ist mit einem Schaltgetriebe ausgestattet. Der angegebene Verbrauch liegt bei 6,9 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 7.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.